Zur Beschäftigung ungeimpfter Pflegekräfte Teil 2 Tag zusammen! Neulich hatte ich mich mal in einem Video zu zwei einstweiligen Verfügungsverfahren beim Arbeitsgericht in Gießen geäußert. Da ging es um Pflegekräfte, die bereits am 16.03.2022 beschäftigt waren, aber nicht geimpft. Die hatten auch keine Bescheinigung vorgelegt, dass sie nicht geimpft werden können und wurden deswegen von ihrem Arbeitgeber nicht beschäftigt und ich glaube auch nicht bezahlt. Das weiß ich aber nicht so genau. Gegen dieses Nicht-Beschäftigt-Werden sind die beiden per einstweiligen Verfügungsverfahren vorgegangen und sind zumindest beim Arbeitsgericht in Gießen unterlegen, inwieweit das da schon in der zweiten Instanz ist oder ob da gegebenenfalls schon eine Entscheidung vorliegt, weiß ich gerade nicht. Ich hatte versprochen, ich bleibe da dran. Da halte ich mich auch dran. Also da hatte das Arbeitsgericht gesagt, nein, da gibt es höherwertige Interessen und es gibt eine gesetzliche Wertung des § 20a Infektionsschutzgesetzes, welcher im Ergebnis sagt, nicht geimpfte Pflegekräfte dürfen nicht beschäftigt werden. Tja, und sowas gibt ja auch immer Streit, nicht nur unter Juristen. Es ist nämlich so, bereits am 29.03.2022 hat das Arbeitsgericht in Dresden ebenfalls in einem einstweiligen Verfügungsverfahren, hier wie immer das Aktenzeichen, entschieden, dass tatsächlich unsere impfunwillige bzw. Nicht-Geimpfte, wir wissen nicht, ob sie wirklich impfunwillig ist, weiß ich nicht, keine Wertung dahinter, dass die beschäftigt werden muss, weil das Arbeitsgericht Dresden hat nun mir gesagt, nee, 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 lieber Arbeitgeber, grundsätzlich gibt es einen grundrechtlich geschützten Beschäftigungsanspruch, habe ich auch schon ein paar Mal darüber geredet, auch in diesem letzten Video. Und der geht generell vor. Und 20a Infektionsschutzgesetz sagt im Ergebnis, es gibt Beschäftigungsverbote einmal für Leute, die am 16.03.2022 neu anfangen, die dürfen nicht beschäftigt werden, wenn sie nicht geimpft sind, oder wenn das Gesundheitsamt, nachdem der Arbeitgeber gepetzt hat, ein entsprechendes Beschäftigungsverbot ausgesprochen hat. Und das haben wir hier nicht. Und deswegen, lieber Arbeitgeber, durftest du nicht einfach hergehen und nicht beschäftigen. Und daraus folgt natürlich auch, dass das Arbeitsgericht gesagt hat, hätte beschäftigt werden müssen oder muss beschäftigt werden. Da muss natürlich der Arbeitgeber auch bezahlen. Und zwar auch für die Zeit, wo er tatsächlich nicht beschäftigt hat, bis zur Entscheidung des Arbeitsgerichts in Dresden. Auch hier weiß ich allerdings gerade nicht, ob und wenn ja, mit welchem Ergebnis das Ganze bereits durch die zweite Instanz gegangen ist oder nicht. Auch da werde ich natürlich gucken, dass man auf einem Laufenden bleibt. Hier bewahrheitet sich wieder das, was ich insbesondere zu Corona-Geschichten und Impfungsgeschichten seit zweieinhalb Jahren erzähle. Wir werden erst am Ende der ganzen Zeit mal eine Rechtsklarheit haben. Und auch zu dieser Frage werden sich mit Sicherheit noch einige Gerichte äußern und auch noch einige Landesarbeitsgerichte äußern. Und höchstwahrscheinlich irgendwann mal auch das Bundesarbeitsgericht. Und ich neige hier dazu mal gerade keine Prognose abgeben zu wollen, weil beide Argumentationen lassen sich aus meiner Sicht durchaus hören. In diesem Sinne, bis dahin.